Hallo, hier ist Axel. Nach einem kleinen Ausflug nach Bad Harzburg, was für ein Kaff, würde ich nur sagen, bin ich jetzt in Eckertal. Übrigens, in Bad Harzburg, falls Leute das hören, die da auch durchkommen, der Eckertalade in der Fußgängerzone, der ist auf gar keinen Fall zu empfehlen, weil da habe ich die nettesten Bäckereifahrer in der Welt kennengelernt, die wollen nicht mal für einen Euro ein Telefon laden für 15 Minuten. So, ich wollte jetzt eigentlich in den Harz reinfahren. Mal gucken, ob ich mich da erwarte. Ich wünsche allen, die unterwegs sind, gute Fahrt. Kommt gut für heute Nacht und tschüss.